Okay, Leute, es ist jetzt 15 Uhr. Ich werde dieses Drama versuchen zu vloggen und dann kommt es hier auf den Kanal. Es ist alles getan, was man nur tun kann von zu Hause aus, aus der Ferne aus. Jetzt hilft nur noch beten und weiß der Teufel was. Also, FC, IFJAS. So, Leute, boah, als hätte man mit diesem Verein nicht schon so viel mitgemacht seit 1973, 1974. Und trotzdem, es ist noch kein Anpfiff. Es ist wirklich nach drei, boah, ich stehe jetzt schon unter Wasser. Come on, FC. Okay, Leute, 15.30 Uhr und der Anpfiff. So, Leute, 15 Minuten rum. Noch nirgends was passiert, aber jetzt gerade kommt offene, äh, abgefälschtes. Nein! Nein! Abgefälschtes Ding. Fuck. So, 20. Minute, vielleicht jetzt ohne Gegentor, aber sorry, Leute, die Mannschaft kämpft sich nicht ins Spiel. Die ist überhaupt nicht im Spiel. Was geht da ab? Das ist ja absolut blutleer aktuell. 21.2.0. Und wie lächerlich lassen die sich da hinten ausspielen. Wie lächerlich. Das ist doch an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. So, 30 Minuten rum und ich muss höllisch aufpassen, dass ich hier nicht vollkommen jetzt eskaliere. ähm, kampflos, blutleer. Die können sich da nicht wirklich schon so eingeschissen haben vor dem Spiel, oder? 3-0. Alter, was geht da ab? Das ist doch lächerlich. Das ist doch einfach lächerlich. Und wie hier gerade festgestellt wird, die haben ja auch noch die Gladbach-Toren. Ist das ekelhaft. Aber, was macht diese Mannschaft? Tja, Leute, ich will jetzt mal raus und ein bisschen Luft schnappen. Das ist doch Arbeitsverweigerung. Das ist doch, was ist das? Das kann mir doch keiner erzählen, dass da elf Leute sich so eingenässt haben. Das ist ja eine Nichtleistung vom Allerfeinsten. Das ist, mir fehlen die Worte. Das ist, das ist noch nicht mal schlecht. Das ist, boah. Also, gleich geht's weiter. So, zweite Halbzeit. Kann man jetzt relativ entspannt gucken. W wird der abpfiffreich nochmal richtig tun, aber jetzt ist Maria und Joseph. So, Leute, 55. Minute und es ändert sich nichts. Das ist so eine Schande, was die da machen. Die tragen, die tragen unser Trikot und beschmutzen das mit unehrenhaftem Spiel. Es ist unfassbar. Leute, wieder voll die Hoffnung. Tigges trifft. Der Hund kriegt gerade eine Ansage, er soll auf die Reservebank. Hier ist alles ganz normal. 3-1. Wir wissen, wie es ausgeht. 5-3. Und Freiburg wird 0-0 spielen. So, Leute, es steht 3-1. Und wir riskieren jetzt alles. Wir holen defensiven Mittelfeldspieler raus. Bringen Dietz. Jetzt schaffen wir das Wunder. Von der Ostalb. Jetzt. Leute, es ist vorbei. 4-1. Jetzt ist es wirklich vorbei. Es ist vorbei. So, letztes Video. Tut ja dann doch weh. Aber sowas von ehrenlos habe ich noch nie gesehen. Das war ehrenlos. Ja. Große Video wird am Montag kommen. Ich brauche ein bisschen Abstand. Aber Vereinsliebe kennt keine Liga. Und die Fahne bleibt draußen hängen, bis wir wieder aufsteigen. Und ich bin raus. Und ich bin raus. Und ich bin raus. dachte. Vielen Dank.